Erstens Bestellung für später ist aufgegeben worden. Viertens hat mich eben erst mal wieder zu Dora schreckt. Aber wieder ganz nett. So, und das jetzt wuppen wir jetzt hier ganz schnell, hoffe ich. Jetzt stellt euch mal vor, ich müsste das alles noch vorlesen. Wir werden hier niemals durch. Ich hab dir mal die Gruppenführung wieder übertragen. Sofern du noch mit rein möchtest. Überhaupt. Soopie. Oh mein Gott. Irgendwie niedlich. Der ist tatsächlich mein Schwung. Oh Gott. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt habe ich tatsächlich Schiss Hybrid, wir kommen zurück Dann siehst du mich jetzt hier leiden Also noch mehr als vorher Warte mal, dann habe ich dafür noch Zeit Ich hätte gerne einmal diese Listen hier unten Irgendwie doch so ein bisschen auf den Keks da hinten Ich bereue es auf jeden Fall, dass ich damals noch drei andere Shards gemacht habe Dann hätte ich dieselbe Scheiße nochmal durchmachen müssen Na gut, den einen kann ich löschen, glaube ich Immerhin habe ich nichts Oh, die zwei anderen kann ich nicht löschen Oder das kann er mal weg Das brauche ich nicht So, wenn du jetzt nochmal wieder deine komische Flamme speien würdest Das wäre so toll Das wäre 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 toll Da kann ich einmal ganz kurz nachgucken, so lange wie wir warten. So, da hin. Oh, gut. So. 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 Oh! Oh, God! Oh, God! Oh, God! I can't even count on the other one! Oh, God! 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 Untertitelung im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ich bin komplett planlos und wieder. Ich bin komplett ab. Warte, jetzt piep piep, geht das aber vor, doch, muss ich da, das? Ich verstehe ich das, das ist dämlich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Ach, du Grüne Neuner. Okay. Gut zu wissen. Für das nächste Mal. Wirklich? Nicht das letzte Piech, was vielleicht noch kommt? Also nicht nur vielleicht, dass das eigene Ball noch kommt. Gut zu wissen. 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 Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tada! Was ist das? 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 Oh god... Was ist das? 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 Oh, ich sehe ja. Hallöchen, hello again, ich werde sterben, gleich, gleich werden wir sterben. Ähm, lass mich raten, das ist hier wieder so ein A und B Ding. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, okay. Oh, soweit. Ganz gut. Denke ich. Noch. Ich hoffe, es geht ihr auch gut. Ich bin auf jeden Fall schwer am spitzen. Und, ähm, ich denke mal alles falsch machen. Oh Gott, ich will hier wieder raus, ey. Ich will hier einfach nur noch weg. Einfach weg. Neu würde ich nicht sagen. Also, ich spiele jetzt seit zwei Monaten. Ich fühle mich aber noch wie ein totaler Anfänger. Nur, wir hängen auch immer noch in der Sitten Ära fest. Sind aber nicht weit vom ersten Head-on-Empfernt von Heavensward. Ich versuche es heute zu erreichen. Und mal gucken, ob wir es schaffen werden. Bis jetzt bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Ich, äh, ja. Sagen wir so. Es ist jetzt auch heute das erste Mal, dass ich überhaupt in diesem Spiel Raids laufe. Jetzt mal eine Lieblingserweiterung. Ich bin ja genau richtig. Ja, das stimmt. Also, ich laufe jetzt, wie gesagt, zum allerersten Mal Raids. Und ich bin, äh, ein noobiger Noob. Der noobigen Noobs. Äh, ja, eigentlich, eigentlich mochte ich Hunde. Ah, mein Freund Zerbrus. Hallöchen. Ich hasse dich in allen Final Fantasy-Teilen. Guck, wir sterben. Oh Gott, wie wenig. Oh, hallo, Wauzi. Also, eigentlich dachte ich immer, ich mag Hunde. Aber ich glaube, Hunde mögen mich nicht. was sprach. Cause ich bin Sounds. Ich habe Bist. Oh Gott. 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 However ich hab. Also ich freue mich auch schon mega auf die Erweiterung. Pandafloth, vielen lieben Dank für dein Cholo und herzlich willkommen hier bei den Samtpoten. Im Irrenkatzenkorb. Oh Gott. Wahnsinn des Wahnsinns. Ich sehe mich schon tot in der nächsten Ecke liegen. Qualitätsprüfung abgeschlossen. Oh je. Und die habe ich auch noch bestanden? Was? Hallöchen. Was hier sind jetzt hier gerade? Achso. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, 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 oh. Kvendalan, alle, lapp mich ja weg. Hallo, Wauti. Ist das gut? Ich füge nur noch auf. Ich möchte nicht mit der Hauptstory weiter machen. Ich glaube, Rates sind ja meins. Wie würde manch einer hier sonst im Chat sagen, ganz schön bunter? Alter, laufe ich ja weg. Hihihi. Schönes Sorti. Sitz, mach Platz. Mein dritten Teil kam Serbrus auch drin vor. Als Boss. Ich habe ihn auch da gehasst. Wenn ich da auf jeden Fall... Im ersten als extra Boss. Ich glaube, er kam im dritten vor. Nein. Nein. Raus da. Lass mich weg. Verpiesel dich. Dieser Moment, wenn mein automatisch in meine Scheissherz reinkommt. Lass mich da weg, ey. Ich will nicht. Man weiß genau, welche Sachen ich gerade benutzt habe. Ich glaube, ey. Ich weiß nicht, was du da wegst. 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 Boah. Hallo, Sio. Schön, dass du da reinkommst. Uh, du zockst Fallout New Vegas. Sehr geil. Das ist mir wie auf den Geschmack gebracht. Na, sehr gut. Das höre ich gerne. Das höre ich sehr gerne. Ich bin hier am Fluchen, am Schimpfen, am Schreien. Na gut, Schreien da weniger. Um Hilfe fliehend. Ja, aber ich hoffe, es geht dir gut. So, ich kann mich mal zu den anderen. Hallöchen. Ein Zeichen auch. Boah, ich habe hier Wolke als Boss im Dritten so gehasst. Ich habe das nur, also den Bosskampf immer nur dann geschafft, wenn ich das Blutschwert hatte. Oder halt allgemein Blutwaffen. Dann konnte ich den Kampf ganz gut schaffen. Aber, naja. Hier gibt es die für den Dank der Nachfolge. Das ist gut, das ist ja gut. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich versuche mich immer so frei, wie es geht. Nein, du bist so gesinn. Versuche einfach immer da zu bleiben, wo die anderen sind, ja? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben, aber... Ich werde jetzt die andere zu bleiben. Ich denke, dass ich jetzt um... Ich werde mich wieder raus. Oh, 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 oh. Ich werde mich wieder zurück. Ich werde mich wieder zurück. Das war's. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletze. Was ist das? Ja, ich freue mich, wenn ich gleich wieder jetzt nochmal fest darf und mach das. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, mit dem Filial wiederzusehen wie jetzt. Ich glaube, keine Ahnung, was hier passiert. Wow. Also von allen möglichen Richtungen renne ich da rein, wo ich nicht rein soll. Ich bin ja noch weiter rausgekommen. Oh, das ist... Ich bin ja noch weiter rausgekommen. Ich bin ja noch weiter rausgekommen. Genau, ich bin ja noch weiter. Ich bin ja noch weiter rausgekommen. 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 Ich bin dann in einer Stunde auch weiter. Will ich den nicht einfach wieder benennen? Ich bin ja noch mal gefangen im ewig während des Stuhls dieses Dings. Das dauert. Ich bin der letzte überlebende Mensch, der hier nur drinnen rumfallt, weil sie keine Ahnung hat, wie sie hier wieder rauskommen soll. Wie weit brauche ich noch? Hm. Ja, ja, ich habe es bald. Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Niemand. Wirklich niemand. Und ich? Genau. Genau. . Noch. Ja, 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 ja. onta Choose 약upilen drauf. Ni ф лучше rein. Na, ja, ja. society.